Wer die Grünen wählt, der wird sich später mal bitterste Vorwürfe machen. Und gleichzeitig müssen wir uns auch an die Wärmewende ranmachen. Das ist lächerlich. Das ist jetzt einfach so. Was zum Teufel ist das wieder für ein Unsinn? Weil in den letzten Jahren, ich will nicht dauernd zurückgucken und sagen, Früher wurde zu wenig gemacht. Ja, Status Quo ist jetzt der, dass wir einen Zahn zulegen müssen. Das ist doch absurd. Das muss sozial gerecht gemacht werden. Das ist absoluter Schwachsinn. Deswegen wollten ja auch die Grünen, dass das Gebäudeenergiegesetz jetzt endlich im Bundestag diskutiert wird. Unser Vorschlag ist ja, dass man bis zu 80 Prozent Förderung bekommt. Das können wir jetzt auch nicht diskutieren, weil die FDP das stand jetzt, wo ich wollte. Aber ich setze jetzt mal drauf, dass diese Debatte bald kommt. Also das geht mir entschieden zu weit. Richtig.